selbst leute es wieder lieber KZP heute spielen wie wieder lol wir spielen immer noch das Aram diesmal hat der Freddy Korki erwischt da werde ich verkacken glaube ich wirklich bei Korki es sei es mal sein Lieblingschar mit dem es eigentlich der einzigste den erkannt und ich habe es erwischt er hat sie ja die die Lundin sind dabei und ich habe viel und Klarheit wenn ich ziemlich schnell ins Mana aus die Leipzig mit der da ich habe mehr machen St das hat er hat mich nicht mal gesehen dass ich da ich mache mir und nehmen er hat mich schon so los nehmen es ist ein Wort Rentsch du bitte Prozent ich dachte mir ja auch der Bau des Echterscheid oder aber nein als mehr erstes und mit den jungen stiefel und hier ist am liebden keine der gattin er ist so gut wie mit jedem mädchen und zwar nicht vergessen um und Freddy was machst du schön nur wort netholz der weg die Stühle es ist ein überneter hin und bekommt keine E-P oder und wollen live es in beiden Wüsten Rügel geworfen Graus nein es gilt es morgen genommen hast schon mal gegen links gespielt die mehr die gespielt gegen sein ja hab ich die da die Masse erstellt und seit gegen 1 haben wir mal so zum von 1 gegen 1 gemacht auch mit beiden Saira jetzt kämpfe ich meine 10 10 vielleicht stil im Mai übrigens sei aus persönlichen Gründen und es ist 8 in allem hier so auch erinnern muss immer ausrasten worden und nein nein Hör auf, hör auf, hör auf! Hab ich dir nicht gesagt? Hör auf damit, hör auf! Raus aus meinem Kopf! Hör auf, hör auf! Mein Hield! Mein Hield! Und wir merken, das ist eine Schwachstelle! Verdammt, welches Geld! Haha, wie er direkt reingerannt ist! Gefällt mir! Auf Monde und Schade, diesmal hätte es nicht weniger geklappt. Raaaaaaaaaaaah! Ein Wiener, W Greens, W Greens ich habe keine Ahnung eigentlich was man bei der Skilte aber ich glaube einfach immer die Kuh und Orton ich dort ein Mach die Haupt die Kölner mehr ich meinen sie nicht mehr ich bin nicht bei der jahre 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 ist klar da hat was geblieb das auch schon sein ja und ich bin da war die in der haare sie müssen nein die zieht ist die muss auch tun wenn das mal du musst dich verschieben in das Feld ich weiß, das mag er ganz scared oder ich log 1 und mach pvp alter, was kam da für ein Damage von und auch nicht immer sein geredet sich ich will nennen die Menschheit der Nostraube nicht zu nerven und sie haben die Nürnberg Mordor das wäre ich wieder was wir sind wieder vor wie ein Künstler zu tun es ist nicht nicht zu 7 Schüch Schüch Nein, jetzt überlebt der Dess Oh, ich dachte schon, dass er da auch immer noch andere War einer Skill Haha, ja Von dich Frau Dr. Reed lässt mich rufen, ich bin für Sie bereit Es geht Okay, jetzt hat er nicht gut Haha, doch, das ist jetzt gemacht Ich hab meine Kuh draufgepäsch Und mein Russ, ja, und noch russisch Brot, oh, geier Jetzt komm Jetzt lebt da Freddy wieder, verdammt Ja, dann Schön fahren Boom Freddy wieder ins Mitgeben Wenn du triffst Ja Raven, wie der heißt, eine Schale hängt, also auch nicht schlecht Ja Der fährt so dieselbiger, hahaha Oh, ich hab mich einmal so durchgezogen mit Corki Aber dieses Lange Ich hab das erste Mal gespielt, gleich zwölf Kind Ja, jeden Botz Na ja ulesen Aber gegen Echtes Ja, Geiger Peròderabad s Meine Falschen, die waren schon echt Der er die Autobots oder Auto Boots von Schatzformer wir sind in der Regel ich hätte ich habe und von uns nie gesehen ich bin nur Schwanzformers nicht die Formel liebt wie wird von der Schwanzformel München 8 ist Riesewitz vom Sack jetzt ist auch kommen BKB wir nennen die wir nennen sich eigentlich hier auf YouTube Metzeltoni oder Sack Metzeltoni halt der Lukas ja in der Metzler Sepp er ist er hier heils ein Lieder Stürzern wenn die Welt die Auge er was kaufen die Kolkow ist Blutdingens gekauft muss kommt jetzt keine Ahnung ja ja stirb 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 ja danke so jetzt kommen die schule ach stimmt 2 last jetzt lieber danach ich hätte stehen du triffst mit zwei Rast nun nach Post Morca ist die es geht nicht was mit Wasser mit dem einen gesteht die Wendel mit der Pflanze wird der Titel ist nicht das erkennt es geht ich bin vor allem mit naja ich werde mich nicht mehr beendet ich glaube ich möchte kommt schneller 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 jetzt vertreten ziemlich schnell alter auch schon ganz schön fettartig möchte ich mal behaupten für das dass er 5 derzeit es war jetzt kaum zu sagen die Auer wir sind jetzt wie sie müssen es heute ist in die Auer es ist da hat die was für das aus dem Namen zu tun nur das Thema bis das Bild die Auer das ist mit auf und um naja dann ist es ist die Jürte dich gleich was war denn gilt die 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 das ist der zu ganz in die Kasse der ganzen Geschäfte kommt nur zu ihm vor er hat hätte ich hier schocken bei mir ist jetzt die grundsätzliche als nur zu nicht laut er das gut finden das war ein Spielweide die Auge Prozent weil man lustig mit mir auch wo man hier die Zürich mit dem Dorf Saga ist gut und das stimmt nur zu oder erhört wenn Sarah Reis und weg zu gehen die Gau er hat soll es mir auch ich heißen auf die Fresse auf welche Fresse ja auch für das Du findest gar nicht lustig, oder? Ja, du findest gar nicht lustig, oder? Boom! Miau! Miau! HH! Halter! Hahaha! Hahaha! Es langt ich wieder so lustig, er ist vor allem wieder kommt es durch nein geht nicht ja auch wir haben kündigung der Krupp der Krupp der Krupp der Krupp der Krupp der das bleibt mir aber immer nicht ganz sicher in pv das ist der es ist ein die beiden zerstörer sind der der ein bisschen nur ab und in die die als heißt eckte orte points bulletin wenn er es wäre der sich etwas trinken scheißteilt kann ich auch nie will es nicht nur immer gut was in pp die Heide setzt er es ist der erste die ganze Zeit ab stehen die jahle aber auch nur so auch gar brauche ich habe ich geschaut gern für zehn Tage gekauft wird es gern benutzt wenn nicht teuer ja wo sich viele Einrichtungen schaffen die ich bin ich besser das war aber auch wenn sie ja auch gelegt und tut mir nicht schlecht das muss jetzt einfach sein das Miau 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 Hallo Freddy, willst du noch mal vorbeikommen? Sieg! Das Game, wo ich dachte, dass ich verliere, habe ich gewonnen. Und das war der Schlusswort, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Servus!